Achso, wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt hier wieder unglaublich senken, weil es ist in der Welt, haben wir diesen... Man hätte nicht drüber klettern können. Es ist ja zu steil hier, guck mal. Lauf! Ah, die sind alle gespawnt plötzlich hier! Die waren von einer Sekunde auf der anderen, war ja alles voll mit Zombies. Da hätt noch einer! Das Boot? Das Boot kommt. Oh ja, scheiße, wo kommt das jetzt an? Es gibt doch nur einen Peer. Echt? Es gibt nur eine Stelle, wo das kommen kann. Ich glaube, ich werde es nicht machen. Komm her! Nein, du schaffst das. Aufs Boot, aufs Boot! Oh, shit! Das kann doch nicht sein, Mann! Das kann doch nicht sein! Ich dachte schon, was soll das überhaupt? Kurz bevor wir die Wurde haben, wird ein Frame einfach groß! Das ist noch nicht sein, Mann! Dankeschön! Echt unglaublich, ey! Nein! 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 Ich bin doch alle raus! Meine Fresse, Mann! Unmöglich! Wann zwar immer zweimal in Captain CapCast? Jeff SS Coyle! Unmöglich! Wer war das? Ja, ist du! Ja, das ist Pappel. Ha 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 ha!